Hallöchen Freunde und Willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder mit dem Master K.Y.O. Hallöchen. Und dem Seras. Servus. Und jetzt darfst du gerne weiter erzählen. Nö, nö, passt schon. Eee. Wir brauchen doch noch ein Bild. Nein. Alter, der Typ da hat nichts besseres zu tun als bei dem MG auf mich zu holzen, oder? Ja dem ist langweilig. Ja die Gegner aber auch. Wir spielen doch gar keine Amis. Huiiii. Die sehen aber lustig aus. Was sind das? Achso Objects. Ne, ein Object wäre das andere. Tiger 2. Ach, das ist... Nö, hä. Was war das denn für ein Einschlag? Kevin, die ballern schon. Ich weiß. Die sind schon... O, ne, 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 ne 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 ne, heute nicht. Ich fahr'n stück rückwärts Alter, was da alles hinter mir Richtung zählp pipelines. Schon abordentlich so. Hinter dir? Jaja, ich bin in der Lagerhalle. Kevin, du hältst mir den Rücken frei. Oder die Seite. Kevin, Achtung, der ist ein Bulldog. Kevin, wenn es bei dir heiß wird, bitte mal Bescheid sagen. Alter, hat der gerade durch die Wand geschossen. Kann man durch Wände schießen? Ja, mit nicht-HE- Und Heat-Munition? Geht das locker? Um Gottes Willen. Der kann mich doch gar nicht sehen. Der soll doch nicht sehen. Ich bin viel zu flach. Flachzange, du. Oh, das war Zufall, dass die da gerade durchgeschlagen ist. Au, au, ich bin tot, oder au? Au, ich bin verletzt. Ich stehe hier jetzt 25 Sekunden dumm rum. Ja, ich versuch dich rauszuziehen. Ich versuch dir zu helfen. Können die dich sehen gerade? Ich weiß es nicht. Soll ich dich rausziehen, oder soll ich es versuchen? Ein Stückchen nach hinten ziehen wäre schon nicht schlecht. Alter, ich fühle mich hier einfach nicht sicher. Hinter mir, seitlich, überall Gegner. War rechtzeitig, würde ich mal sagen. Auf bei C sind haufenweise Gegner. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, hab's gesehen. Äh, Alter, warum ziehst du mich? Wär auf mich zu ziehen, du Lappen. Au. Von wo? Von da, wo du mich eben weggezogen hast. Hilfe! Hilfe! Hier ist einer, der... Oh, Shady! Äh, da kann ich mich grad nicht drauf kümmern. Ich muss mir grad um mein eigenes Seelenleit. Ich bin grad schon am Sack. Mir hängen grad zwei Gegner. Ja, aber wenn ich mich jetzt umdrehe und zu dir fahre, bin ich hinüber. Ja, okay. Wir sind halt zwei Gegner, die halt... Ja, was soll ich machen? Okay, der Tiger guckt jetzt in die Richtung, dann kann ich mich um die anderen kümmern. Oh, shit! So, einen hast du weg. Hier bei mir drin ist einer. Jo. Heil dich bitte. Der kann in 3, 2, 1... Ich seh's nicht. Direkt neben mir. Wirklich direkt neben mir. Ja, da ist Rauch. Ich kann gar nicht reingucken. Ich komm schon rein, aber... Fahr halt hin. Ja, ich komm ja grade schon. Aber ich seh leider immer noch nix. Wirklich? Zwei Meter neben mir. Ja, ich... Der steht hinter einer Maschine. Ja, dann fahr halt durch. Ja, jetzt bin ich ja da. Jetzt ist er ja... Ne, du standest grad. Feige Sau. Gut. So, aber jetzt ist hinter mir einer. Das ist schlecht. Shit. Naja. Immerhin zwei gekillt. Kevin erinnerst du dich noch an das Bild? Boah, Alter. Cooles. Ja. So hab ich mich grad gefühlt. Leute nicht böse sein, wenn ich online bin und ihr mich sofort anschreibt. Nicht wundern, wenn ich nicht antworte. Dann bin ich meistens schon im Spiel. Wir stressen ihn dann so sehr, dass er nicht reagieren kann. Richtig. Ich... Nur wenn ich dann irgendwie mal im Respawn-Menü ist, sehe ich das dann. Kevin, ich versuche dich zu rächen. Alles braun. Er ist gut. Ja, ich auch gleich. Boah, da sind aber ordentlich was an Flugzeugen in der Luft. Oder? Sehe ich das... Oder war das... Ne, da sind hoffenweise Flieger. Ja. Ja, da bin ich ja richtig mit meiner Uhu. Das wird ja super... Ja, Hilfe Auer. Alter. Von wo kommt das denn jetzt? Hui, ihrui, 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 ihrui. Was ist das denn? Wo kommt der jetzt her? Ich bin raus. Ja, ich werd auch... Also... Hinter mir hängt einer direkt. Nö. Doch. Aaaa... Achso, der ist da 5 Kilometer weg. Tja, ist scheiße, wenn es Höhenruder im Arsch ist, ey. Baumfäller, Pulitzer. Du rutschst übrigens immer noch. Geil. Mist, jetzt stehen die an unserem Spawn, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Ja. Deswegen, ich schlag mal beim anderen ein. Ich weiß nicht, ob es da besser ist, aber... Was ist das denn in der Luft? B80, Shootingstar-Prototyp, also ein Jet. Ja, hört sich so an, aber es sah irgendwie... Hört sich an wie ein Föhn. Wäre cool, wenn der denn abschießt, der hat mich getötet. Ich bin hier gerade hinterm Häusle. Lass mal hier gucken, ob hier alles... Ich denke, wir zeigen ihm mal, wie das geht. Da fliegt noch so'n Ding rum, der jetzt auf mich zukommt, gleich. Scheiße, den krieg ich nicht! Scheiße, den anderen Muni-Laden. Oh, und da sind die Panzer irgendwo. Das finde ich auch nicht so gut. Lebst du noch, Kevin? Ja, ja, ich stehe hier nur im Feuer, mal so, tragungsweise, ne? Ja, ähm, da sind Gegner. Panzer. Da. Ich sind raus. Ich pirsch mich mal an. Tu. Ja. Oh, scheiße. Oh, von der Seite. Shit-y. Ich hasse dich. Da, die Flak-Fierling, die Flak-Fierling gekillt. Scheiße, den hätte ich easy killen können. Oh, ich hab dich gerecht. Ah, misst dich doch nicht mehr. Bei dir sieht's aber auch nicht so rosig aus. Nee. Und er verlor sein Bützchen. Das sieht ja mal so aus, das ist ja, keine Ahnung. Bei irgendwie einem alten Spiel, wo dann irgendwie die Physik von irgendeiner Figur abfuckt, wenn sie irgendwie ausgeschaltet wird. Oh, ich kann noch mal mit der IL-2 rein. Der IL-2. Bestes Flugzeug, Mann. Beste, Mann, beste. Ach, äh, wo sind die Gegner noch schon die Jäger, wenn man sie mal braucht, ne? Na, ich seh leider keinen. Inzwischen alle wieder am Boden. Komm schon. Do it. Hol dir den. Wer dich gekillt hat. Was für eine Map ist das eigentlich? Äh. Äh. Verlassen in Fabrik. Verlassen in Fabrik. Ich hatte gehofft, dass irgendwie Land dahinter steht. Was ist das? Oder ist das einfach fiktiv? Ich denke, dass das fiktiv ist. Hol dir, Tiger. Los. Oh, schön. Bist der down? Nee, aber ich hab ihm gut was mitgegeben. Den Leiter, der auf die Schieß, den kannst du mit den Kanonen durchschlagen. Was ist das? Das ist ja viel. Ich würde das mal ganz positiv still gewinnen. Lol, eben hab ich gedacht, ein Flugzeug fliegt hinter dir her, aber was ist denn Schatten? Ich bin stiller. Ich weiß auch, ein Schatten hat. Da ist ein Flugzeug. Naja, das meinte ich aber vorher nicht. Der hat mich vorhin, glaub ich, ich glaub, der hat mich vorhin auch gekillt. Du willst jetzt versuchen zu landen, sehe ich das richtig? Nein, er ist tot. Ich bin tot. Achso, du bist tot. Da fährt man doch automatisches Fahrwerk aus. Macht viel Sinn, ne? Ja. Der hat direkt noch einen Rückschnitt hinterher, ja, ja. Jawohl, lecker Leute. Naja, so komme ich aber nicht zu meinem Jagdpanzer 4, ey. Habe ich eigentlich irgendwie noch einen Panzer, den ich nicht mitgenommen habe oder so? Den E-100, den Gaijin dir geschenkt hat. Was ist denn ein E-100? Der Nachfolger in einem Haus. Sehe ich nicht. Muss ich nur mal nachfragen, der ist nicht in meinem Portfolio. Was, was soll das hier? Mir hat irgendein Lappen aus dem Internet gesagt, chat, ne, 100, wo ist der? Also wenn die anfangen, das Ding einfach so einen YouTuber zu verschenken, dann ist es Land unter. Wieso, wie viel ist der denn wert? Es geht darum, wie viel er wert ist. Es geht darum, wie schwer der ist zu erreichen. Wie meinst du? Nur die ersten 50 aus dem letzten großen Turnier haben den gekriegt. Achso. Ja, dann finde ich das voll okay. Wenn ich den für lau bekomme. Die Map kenne ich glaube ich nicht. Ja, die ganzen amerikanischen YouTuber haben den auch nur als Leih für drei Tage bekommen. Okay. Ja gut, das wurde mir auch angeboten. Ich könnte mir auch Sachen leihen. Ich könnte auch, beziehungsweise ich könnte auch einen komplett freigeschalteten Account haben, aber das finde ich doof. Das finde ich blöd. Das würde ich auch nicht annehmen. So ab und zu mal eine Kleinigkeit zum Support, gerne, aber alles drüber, ne. Ich habe ja mal dieses Stark... Oh, shitty. Wir werden jetzt schon beschossen. Ich habe ja mal dieses Stark-Konflikt getestet. Und da habe ich ja einen komplett freigeschalteten Account gehabt, aber das war so langweilig, muss ich sagen. Ja, mit einem Grinding-Game ist das Spiel das Ziel, das Grinden. Ja. Ich meine, das ist doch jetzt, worauf du in die Arbeit ist. Freischalten von Fahrzeugen. Richtig. Kevin, ich verstecke mich mal hinter dir. Vielleicht kriegen sie uns mit einem Schuss. Frei zum Preis vor allem. Kevin und mich hat es schon mit einem Schuss mal zerlegt. Wollen wir mal einen Teufel an die Wand machen, nicht? Du solltest auf der Straße fahren, mein Freund. Du solltest schon deinen eigenen Scheiß kümmern. Ich weiß gerade nicht, wo ich hinfallen soll, ehrlich gesagt. Ich bin sehr unentschlossen gerade. Aber so übers Feld ist, glaube ich, nicht so die beste Idee. Äh, hi. Hallo. Also auf der Seite bleibt mir nicht viel anderes übrig. Das ist ein einziges Feld. Ah, schön. Die Kameller ist da. Jetzt können wir weiter vorstoßen. Den ersten über den Hügel würde ich aber den T4400 lassen. Er hält nur möglich zwei Schuss aus. Der macht aber keine Anstalten über den Hügel zu fahren. Doch, jetzt. Ich muss ihn einfach nur drängen. Du musst mal hupen, Mann. Hup, huu. Hup, huu. What? Hupe, wenn du, wenn du rattig bist. Hm, irgendwie ist hier nicht so viel Party gerade. Kommt gleich. Au. Natürlich ist hier Party. Wo ist der? Äh, auf der Mitte der Linie, wo 6 steht. Auf der Mitte der Linie, wo 6 steht? Die 6 steht wieder. Oh. Au. Ich hasse dieses... Was ist mit dem T4400 passiert? Der pimmelt einfach da hinten rum. Alles klar. Kevin. Der ist... Hast du gerade auf den Geschossen, der da im Häusler steht? Ja, da kommt auf dich gerade zu. Ja, ich dachte es mir schon fast. C6, NumPet 8. Oh, der hat sich drum gekümmert. Der hat sich drum gekümmert, aber in die Richtung ist er auch nicht. Da ist noch einer dahinter. Hä, scheiße, was ist denn? Der war doch nicht gerade einer. So was von furchtbar. Da ist einer. Da ist er. Nee, das ist ein Geschütz. Oh nee, der hat es hinter sich. Also hier ist gerade einer geplatzt. Toll. In unserem Spawn. In unserem Sp... Oh, der T44 kriegt gerade eins auf die Ömmel. Genau vor mir ist einer. Und ich bin mir ziemlich sicher, der reprägt schneller als ich. Ja, tut ja. Kann mal einer hier rüber schießen, bitte? Direkt vor dir ist einer. Also. Zwischen 3 und 4 C. Zwischen 3 und 4 C. Au. Ich sehe noch nicht. Ich versuchte. 6, 5, 4. Reparier, reparier. Ich komme, ich komme. Ah, da schießt du hin. Ah, okay. Diese Spannungsbulldog, ey. Da schießt schon der Nächste auf mich. Ich fahre jetzt mal hier in die Kuh. Ich habe keinen Bock mehr. Ich sehe die leider gar nicht. Wir schießen vom anderen Kartenende auf mich. Wo seid ihr? Ich stehe gerade so prominent, aber. Würde ein Gegner. Bitte, Alter. Hast du, du hast ein Flugzeug gebeschossen. Ah, da hinten stehen die. Limmel. Shit, vorbei. Hier springt ein Panzer vorbei. Das sieht so geil aus. Ah, wo sind wir jetzt hin? Uiuiuiuiuiuiui. Du Frechtax hier. Ist bei dir Party, Kevin? Oh, ja. Da wollen wir auch rübergefahren. Also ich schleiche mich jetzt von hinten. Weil mit den Jungs, die gerade auf mich geschossen haben, habe ich jetzt keine Lust zu spielen. Warum pimmelt denn der T-44 da hinten so rum? Der hält doch ein bisserl was aus. Das war so gemein. Augen auf den ausgewiesenen Vektor. Next, please. Boah, ich glaub den baue ich diese Runde aus. Ah, verkackt. Baum umgefahren. Wo sind sie? Ich will mal wieder den Gegner sehen. Kevin, kannst du irgendeinen ansagen? Äh, ja, also hier gibt's genug Richtung A, ne? Ah, da ist einer, da hab ich grad einen gesehen. So, mal ein Entfernungsmesser anschmeißen. Wenn der Flieger sieht, sagt Bescheid, ne? Ja, ja. 700 Meter. Das ist doch noch genau neben mir. Wenn wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind geleakt. Links oder rechts von dir? Bleck mich doch im Arsch, hier ist er tot. Er ist mir grad links in die Flanke reingefahren, aber er hat mich einfach nicht mitbekommen. Er war 10 Meter neben mir. Ich bin wahrscheinlich so nah hier am Gegner spawnen, dass er glaubt, dass ich hier einer von ihm. Ich bin grad B. So, ich geh jetzt mal zu A, oder zumindest mal in die Richtung von A. Äh, ja, die cap'n grad B, ne? Na gut, dann fahr ich zu B. Ist jetzt vom B her nicht so der Unterschied für mich. Ah, schon wieder ein Baum umgesimmelt. Kritischer Treffer. Steht denn da? Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen, aber auf jeden Fall kaputt. Wow, das war aber frech hier. Also da steht ordentlich was auf jeden Fall. Ja, ich halt grad einfach nur blind rein und krieg Hit, 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 Hit. Ich mach auch einen schönen Treffer nach dem anderen, aber irgendwie stirbt keiner. Na na na, nicht hier auf mich schießen. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen bewegen, sonst geh ich gleich drauf. Zeige er sich. Alter, die müssen doch langsam mal drauf gehen, ich brauch Abschlusshilfen, hey. Alter, wie viele stehen denn da bitte? Mhm, deswegen, also, ich glaub ich hab grad nie den gleichen getroffen und ich hab fünf oder sechs Treffer gesetzt. Sehr gut. Da steht immer noch zwei. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und auch ein Weeg. Boah, das war knappi, ey. Boom. So, und wo ist der andere Kollege? Oh, da ist noch einer, äh, Kevin in deine Richtung. So ein bisschen vorgelagert, steht mitten auf einer Straße rum. Den, den hab ich leider nicht vermutet da. Ich kann gerne spotten. Wenn die B erobern, ist es vorbei, ne? Mhm, deswegen hüpfe ich jetzt auch noch mal ein, das nehm ich, verbrat ich einen Gutschein. Ja. Ja. Wir cappen wieder zurück. Kevin, ist da was vor uns? Da war was scheinbar. Ja, da waren FV 4302. Der war mein Killer, sehr gut. Von hinten kommt was. Ganz, ganz weit hinten. Ich stoß mal vor. Das wird zu Ebel enden. Die Leute haben nichts, ich muss reparieren. Hat der dich beschossen oder wurdest du von dem mit anderen? Ich wurde beschossen, hab ich. Ja, ich. Gegner gesichtet. Steht bei A. Ja. Oh shit. Ja, da haben wir meine Rauchgranaten mal richtig viel gebracht. Scheiße. Ah, das war dumm. Von rechts. Soll ich weiter spotten oder soll ich Bomben holen? Äh, hol mal Bomben. Ja, könnt ihr B so lang verteidigen? Also, ich bin jetzt mit ner Wirbelwind drin. So eher nicht. Ich hab's gerade genommen oder so. Eher weniger. Ach, wir sind nur noch zu dritt. Und ne Jacke ist noch da, sehr gut. Der lässt sich hier arbeiten zu viert. Ich geh kurz ne Bombe holen. Ich kann mit meinen 30ern leider nichts machen. Kevin, du wirst von rechts auch noch beschossen gerade. Ja, ich hab's gemäht. Oh, und von weiter links auch noch. Und vom Flieger auch noch. Was, das ist ein Flieger? Ja, das ist ein Flieger. Ja, das ist ein Flieger. Ne, auch. 80 Schuss hab ich noch. Zwei Stück, Volker. Weiß auf euch, fliegt noch einer an. Ja, also... Ich wurde gesiebt. Kann ich leider nicht mehr spielen machen. Wo ist denn der andere College? Ja, ich bin auch weg vom Fenster. 50 Sekunden reparieren. Ja, sicherlich. Au. Ich kann meinen Turm nicht drehen. Scheiße. FV 4202 steht da noch rum. 16 Schuss noch. Ist der zweite Flieger da oben? Na, ich darf nicht mehr rein. Schade. Na gut, Kevin ist auch hinüber. Ja. Reiß sie noch mit in den Tod? Ich weiß nicht, wo die sind. Direkt vor dir. Du bist ziemlich, wirklich genau auf B zu, ist der. Ja. Ja, ich weiß es aber hinterm Hügel. Das sehe ich gerade nicht. Auf dem Hinten eben 36. Also, von... Alter, von ganz weit hinten. Ja, ich glaube auch mal, dass der PT, dem jetzt zum Opfer fallen wird, der dich gekillt hat. Ja. Dürfte derselbe gewesen sein, und... Du darfst nochmal rein, lol. Ich hab ein paar Punkte gemacht. Sind die bald bei B schon wieder drin? Ja. Zwei Stück, glaube ich. Da schaffe ich es aber auch nicht mehr rechtzeitig hin. Ja, so eh nicht. Man kommt über den Hügel und ist einfach sofort zufrieden. Ich freue mich. Kannst du schießen, oder...? Ich könnte theoretisch schießen, aber nicht sinnvoll. Ich würde hier in die Gegend kommen, aber dann wieder. Nur Hits, leider. Ja, das war's. Die Runde ist gelaufen. Der Feind hat ein Gebet eingenommen. Feuer! Ja, da ist leider nichts. Also, ich kann da nicht... Lüge, du wolltest nur nicht. Nein, ich müsste noch ungefähr zwei Grad nach rechts. Dann würde es gehen. Dann hätte ich vielleicht sogar was getroffen. Sagt irgendwie schon was aus der Spielerstatistik. Schlagt Trophäe! Yeah! Naja, so scheiße war die Runde jetzt nicht, aber... Also für mich nicht. 16.000 noch bis zum Jagdpanzer 4. Juhu! Yay! Ja, aber nicht heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Ciao, ciao!